Stimmt, die Brunde sind auch da. Oh. Da kommen wir ja hier. Oh nö, jetzt hat er sich schlafen gelegt. Und wie höre ich gerade ein Zombie von irgendwo an gelaufen kommen. Ach da. Vorsicht hinter dir. Jo, sehr gut. So, einen habe ich schon platt gemacht. Sehr gut. So. Musitionsverschwendung hier gleich. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Iiii. Habe ich auch noch nicht gesehen. Iii, das atmet sogar. Und da kommt Blut raus. Kannst du das messern? Ich probiere, ne? Vielleicht ist da eine Waffe drin oder so. Ich prob' nicht. Ne, es hört sich nur ekelhaft an. Oh, stimmt. Hier ist noch mehr. Oh, die Balle hat schon wieder sehr nah. Ja. Nochmal, ich habe noch genug Kohle. Okay, ich löse. Ich decke auf. Danke. Oh, shit. Ah, jetzt hat sie dich auch angezündet. Alter, wie sie da rumwollt. Machen wir nochmal den Reload, damit die Waffe auch Reloaded ist. Oh. Das ist aber nah. Das ist sehr nah, ja. Ah, ich sehe ihn. Machen wir jetzt ein Zeichen. Die verband da schon irgendwem, glaube ich. Oder machen wir mir platt. Ach, da drin ist da wieder was. Mhm, genau. Den habe ich auch oben langgelaufen. Ja, das ist klar, okay. Oh, Alter. Wie ist da drin? Qualmt der. Hier an dem Fenster eben. Hier an dem hier. Ja. Oh, da hat er sich da selber am Brand gesteckt, da oben? Oh, jetzt bin ich natürlich in der Scheiß-Situation. Oh, Vorsicht. Jetzt siehst du an mir. Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. Genau, da hinten sind sie zu lang. Also, warte mal. Wenn du E drückst, siehst du diese fetten Blitze. Ja, genau. Hinter dem Brunnen gerade raus. Da ist auch noch Munition. Ja, ich bin voll. Ah. Ja, wollen wir dann auch abholen? Oder wollen wir... Ja. Wurdest du gerade beschossen? Nee. Ich habe jedenfalls nur was gehört, aber... Ich bewege mich aber trotzdem mal. Ja, weiß mich auch. Ja. Spannend. Zwei. Eins. Und raus. Ah, gut. Ja, das war gute Arbeit. Schwein gehabt. Ja. Ja, wie ich wallhowska Scorpio. Ja. Wah. Ja. Ja.